Oh mein Gott, nach 5 Stunden endlich angekommen. Okay, ich kann, ähm, was ist da auswählen? Ah, auswählen. Okay, das ist mein Fahrzeuginventor. Ich, ich, tja, Baby, ich nehme alles mit, lass mich doch in Ruhe. Ähm... Beim Wagenbleiben? Wie ist er beim Wagenbleiben? Du! Du kannst, was kannst du? Beim Wagenbleiben doch nicht. Wir brauchen Munition. Du kriegst von mir... Du kriegst von mir den Hammer. Den Hammer... Das ist blöd. Ja, also wo ist das hier? Mir scheißegal. Aber wir reden. Blutzi, kann ich bestätigen? Ah. Wo steht da bestätigen? Gibt es da irgendwas zum bestätigen? Aber das hilft dir nur 5%. Du kriegst die, das hilft genau gar nichts. Keine Waffe. Perfekt. Was ist das jetzt? Ja. Super toll. Inventar. Inventar. Wort betreten und los. No driving through that. We're on foot from here. Ah boy. But them Sackos came here too. Yeah, maybe. Towns circle their wagons, you see. Looks like a DMZ. Hey, if there's any gas, it'll be at Lucky's. Okay. Wir müssen auf zu Lucky's, aber... Ha. Aber... Ich laber Blödsinn. Ah, ich hab gesagt, wir machen das in der nächsten Folge. Oh mein Gott, jetzt hab ich... Oh mein Gott, jetzt hab ich nur das Messer mit. Oh no. I'm so blöd. Jetzt kann ich gar nicht mehr zurück zum Inventar, oder? Zum Wagen. Ne. Aus, Ende und vorbei. Du bleibst doch liegen, oder? Nein, ich hab nur ein Messer mit. Der ist tot. Der ist definitiv tot. Oder? Oh mein Gott. Einkaufswagen. Kann ich brauchen. Was mit dir? So bist du tot. Komm. Funktioniert das? Kann ich das? Das kann ich gar nicht. Oh mein Gott. Ich hab so viel Einkauf. Ich krieg das gar nicht weg. Hoppala. Soll ich da reingucken? Ich hab alles da lassen. Mit dem Messer. Ich werd so absacken. Verlieren. Ende. Worse for sure. Kohle. Nichts mit Kohle. Oh oh. Die Preise sind ja ein Wahnsinn. Ich kann die jetzt nicht lesen. 14, 51, 30, denke ich. Oh mein Gott, was war denn da drinnen? Das hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Logisch, dass die Welt untergeht. Gesperrt. Warum? Wieso ist er zu? Oh no. Bitte nicht mit Alarm. Ah, kein Strom. Hab ich ganz vergessen. Licht aus. Anschleichen. Wir müssen uns anschleichen. Nicht bewegen. So. Super toll. Perfekter Matiko. Baby. I am the best. Mach die Tür zu. So. Du stehst doch nicht auf, oder? Was ist denn los? Das ist ein Trick. Das ist ein Trick. Oh no. Du siehst mir so. Okay, du bist tot. Okay. Nein. Was ist denn los? Ich wollte eigentlich schon Schluss machen, gell? Ich denke, das wäre auch das Beste, einfach Schluss zu machen. Gemütlich. Hallo, das ist hier wunderschön. Mein Freund, was ist da? Kann ich mich wehren, man am Feuer? Ja. 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 Ich bin Blake, last standing officer of the Sedalia S.O. Also, normal rules suspended for the foreseeable future. Ja. 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 Wer ist das? Der Kind holed up in der Gas Station, und der Deputy in der Cell Block. Er ist interessant. Ich möchte noch eine letzte Radio-Check, bevor ich ausfügt. Dann mach es. Der Batterie ist tot, zwei Tage zurück. Ich kann es nicht mehr finden. Wenn du kannst, ich bin froh, dass ich ein paar Birds-Eye-Coverage versuche. Ich bin ein hell of a shot. Batteries? Okay. Ich muss einhören. Ich brauche Gas. Ich denke, es ist lange weg. Aber der Kind wird besser wissen, als ich. So? Wieso? Das war auch in der Serie. Denn auch so. Wieso? Der Rick, oder? Nein, nicht der Rick. Wer hat das erfunden mit den Beißern? Das war nicht der Rick. Ich weiß jetzt nicht, wer es war. Aber auf jeden Fall in der Serie. Also, die Gruppe hat es erfunden. Und dann nannte jeder in der Serie die Viecher Beißer. Und das ist die Frage. Wieso? Hallo? Genauso wie er. Du hast es nicht erfunden. Das war Rick. Mit seinen Freunden. Du stückst du. Ich muss. Ich muss. Wo muss ich denn? Ja, nein. Ich muss. Ich muss gar nichts. Lass mich in Ruhe. Ich mach das, was ich will. Ich will. Ich hab keine andere Waffe. Okay. Dann würde ich halt nicht. Ja, Moment mal. Lass mich unten. Umsehen. Bevor ich da runterhupf. Ich wollte schon nichts beenden, oder? Haha. Oh no. So, dann muss ich jetzt rein. Denn. Mein Gefühl sagt mir. Hier gibt's Probleme. Ah, hinter mir immer zumachen. Wir bleiben gleich im Schleich-Modus. Im Lager. Jetzt weiß ich nicht. Nicht, dass er mich sieht. Aber ich glaub da eh nichts für mich. Gibt es eh nichts für mich zu holen. Es ist ganz wichtig, leise sein. Die Beißer reagieren sehr empfindlich auf Lärm. Sehr neugierig auf Lärm. Ah, ein Hammer. Oh, ich fühl mich wieder etwas sicherer. Oh, das ist toll. Das ist gut. Oh, warte kurz. Wir haben was zu klären miteinander. Oh, du bist ein Stück. Ein Stück. Oh, das war voll daneben. Haha. Du bist wunderschön, mein Freund. Und ich mach dich noch schöner. So. Na komm, nimm. Kurz mal auf YouTube geguckt. Oh mein Gott. Diesen Monitor hätte ich auch gern zu Hause. Okay, wenn ich das jetzt öffne. Ah, ah. Ich muss mich darauf vorbereiten. Oh mein Gott, die können Türen zerschlagen. Genau. Habe ich ganz wahr. Ah, da bist du ein Stück. Und ich hasse dich. Und du stinkst. Und von hinten siehst du aus wie ein Mädchen. Was keine Schande ist. Von hinten siehst du aus wie ein hübsches Mädchen. Ah, es ist überhaupt keine Schande. Das brauche ich nicht. Oh, da war was. Ah, nein. Eine Flasche brauche ich nicht. Die Türen bitte immer alle schließen. Ein bisschen Schiss habe ich ja schon. Gebt mir ein Fliegen, Fliegen glaube ich. Ein Fliegen hinter Fliegen, 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 Fliegen hinterher. Und dann heißt es, sie sind tot. Oh, ich hoffe du bist da alleine. Ich hoffe du bist alleine. Ich hoffe es kommen keine Freunde. Ich habe nämlich keine Waffe mit. Ich höre ja was. Ich höre ja was. Ah, Puppi. Pepelepoo. Lass mich in Ruhe. Oder du schaust mir zu. Oder wie. Oder was oder wo. Haha. Ich bin ein Poet und ich. Bring Zombies und mit. Oh. Oh. Oh yeah, das so. Sexuell. Und du bist tot. Du bist tot. Definitiv bist du tot. Oder stehst du nochmal auf. Nein, du stehst nicht mehr auf. Du bist definitiv tot. Alles wurde schon geplündert. Das ist nicht supi. Ich habe zum Glück etwas. Etwas gefunden. Aber das war. Nun gut. So. Jetzt ganz kurz mal überlegen. Da. Hier muss ich entlang. Ich hoffe, es kommt mir niemand. Oh. Da ist ja schon wer. Wir haben geschlossen. Okay. Okay. Auf den Kopf. Auf den Kopf. Perfekt. Wir haben geschlossen. Okay. Ähm. Ah, 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 ah. Bleib liegen. Du bist ein böses Mädchen. Bleib liegen. Bleib liegen. Ah, er wollte ich. Oh, da hinten sind viele, hey. Kann ich da unten durch? Ne, ist nicht, ne. Ich bin zu groß. Ein Hund. Kein Hund. Ein Hund. Kein Hund. Ein Hund. Kein Hund. Wenn ich nicht auf. Ne, supi, toll. Ein Hund. Kann ich da? Ne. Bringt mir auch nix. Auch da drinnen. Oh mein Gott, da spackt das wieder so herum. Psst. Selber pst. Okay, Mann. Ja, in der Tankstelle, ich weiß. Mann, Mann, mach ab. Du bist ein Lob, du. Ich hasse dich. Du könnte seinem Freund helfen. Ja, das ist ein Lob. Was ist hier passiert? Die Eaters passiert. Ich und mein Vater holte hier mit Uncle Lester. Die Stadt hält ihn auf okay, bis wir alle die cops verloren haben. Aber Blake... Uncle Lester? Lucky Les? Ja, das gleiche. Er und Dad kam zu sehen, wer war. Ich glaube nicht, dass sie zurückkommen sind. Aber Uncle Lester hat die Key zu den Generator-Cage. Und das ist wie wir die Gas-Pumpen wiederholen. Genau. Du gehst die Keyes und den Jenner, ich benutze meine Codes, und wir rauskommen. Win-Win. Du kommst mit mir jetzt? Ich bleibe nicht hier, Junge. Haben wir ein Deal? Lenkt die irgendwer ab oder so? Ich habe keine Flaschen zum Werfen. Oh mein Gott! Da waren überall Flaschen im... 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 Penny und... Ich habe nichts mitgenommen. Shit! Ich kann die nicht erledigen. Ich kann die nicht erledigen. Es ist unmöglich für mich. Was ist mit Speichern? Das Spiel speichert automatisch. Das habe ich ganz vergessen. Oh! Kann ich ausrufen? Ne, ausrufen ist nicht. Ich hoffe, ich habe Glück und schaffe es weg. Nicht mich beobachten. Lauscht der Musik. Oh no! Da stehen ja noch welche. Hast du mich gesehen? Du hast mich gesehen, oder? Siehst du mich? Ich weiß nicht. Siehst du mich? Siehst du mich? Ja, komm her! Ist jetzt zu zweit. Schaffe ich. Oh, die anderen kommen wieder. Aha! Ab das Stück durch! Komm! Komm, schneller! Schnell! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Komm, komm! Komm, du hübscher! Mein hübscher! I love you, baby! Du bist der Beste! Okay, sie sind wieder... Oh no! Habe ich trotzdem eine Chance? Nein! Bleibst du liegen? Ja, du liegst, oder? Na okay, Leute. Ich sage trotzdem. Danke fürs Zuschauen! Macht's das gut! Haut rein! Tschüss!